Der Hang Clean. Wie der Name schon sagt, fangen wir nicht aus der Position von ganz ganz unten, sondern aus der hängenden Position, wo das Gewicht direkt über unseren Kniescheiben ist und von dort aus explosiv wieder diese dreifach Streckung der Fußgelenke, Knie, Hüfte und dann wieder haben wir den Catch von oben in der Frontkniebeuteposition. Deswegen, wenn wir das gehen, bis stehen, runter, auch hier wiederum ganz wichtig, Gewicht so wählen, dass ihr erstmal die Übung erlernt, macht es richtig, denn dadurch habt ihr den größten, die besten Übertrag auf eurem Sportart. Es ist eine sehr, sehr coole Übung, die auf jeden Fall mal gemacht werden sollte, aber auf jeden Fall muss auch erlernt werden, bevor sie ins Training wirklich mal integriert wird.